Speyer, Worms und Mainz. Hier begann die jüdische Tradition in Zentraleuropa, auch Aschkenas genannt. Viele Monumente zeugen noch heute von ihrer langen Geschichte. Im Mittelalter bildeten die jüdischen Gemeinden der drei Städte einen besonderen Verbund. Dieser wird Schum genannt. Ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben der mittelalterlichen hebräischen Städtenamen. In der Nähe des Speyerer Doms befindet sich das früheste erhaltene Gemeindezentrum, der Judenhof. 1104 wurde hier eine Synagoge errichtet. Noch heute sind die originalen Mauerreste erhalten. Ihre dreiteilige Fenstergruppe wird im Mittelalter Vorbild für die jüdische Architektur. Direkt an die Synagoge schließt die Frauenschul an. Sie war ein eigener Gebetsraum für die Frauen der Gemeinde. Auf den Sitzbänken konnten sie durch die Hörfenster an dem Geschehen in der Synagoge teilnehmen. Ein architektonisches Juwel ist die Mikve, ein Ritualbad. Für die Gemeinde war sie von großer Bedeutung. Hier fand die rituelle Reinigung statt. Die aufwendigen Verzierungen im Vorraum zeugen von deren Wichtigkeit. Das Bad reicht bis zum Grundwasser, denn dieses entspricht den Vorschriften für die rituelle Reinigung. Ihre außergewöhnliche Bauform wurde zum Vorbild in ganz Aschkenaz. Auch hier in Worms für diese Mikve. Sie ist fast baugleich zu der in Speyer. Das Ritualbad liegt in unmittelbarer Nähe zur Wormser Synagoge. Die stand schon 1174 genau an dieser Stelle. Der heutige Bau dokumentiert die wechselhafte Geschichte der Gemeinde. 1938 wird die Synagoge in Brand gesetzt und anschließend zerstört. Direkt nach dem Krieg wird die Synagoge mit vielen originalen Bauteilen wieder aufgebaut. Heute finden hier wieder Gottesdienste statt. Der gewölbte Innenraum über einer mittleren Säulenreihe wurde zu einem architektonischen Vorbild. Die Frauenschul schließt unmittelbar an die Synagoge an. Sie ist die älteste ihrer Art. Draußen befindet sich der Synagogenhof. Auf diesen Sitzbänken fanden Versammlungen der Gemeinde statt. Direkt daneben liegt das Lehrhaus, die Yeshiva. Hier diskutierten Schüler mit ihren Lehrern über die religiösen Schriften. Gelehrte verfassten damals Textauslegungen, die bis heute gültig sind. Einer von ihnen? Rabbi Salomo ben Isaak, auch bekannt als Raschi. Nach ihm ist das heutige Raschi-Haus benannt. Es wurde auf den Fundamenten des ehemaligen Gemeindehauses erbaut. Der Keller stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist noch heute erhalten. Außerhalb der mittelalterlichen Stadtgrenzen von Worms liegt der Friedhof der jüdischen Gemeinde. Die Lage vor den Toren der Stadt war damals eine Neuheit. Hier stehen alle Grabsteine noch an ihrem ursprünglichen Ort. Sie sind die ältesten Grabsteine, die auf einem Friedhof in Aschkenaz erhalten sind. Die Schum-Gemeinden beschrifteten die Grabsteine erstmals ausschließlich auf Hebräisch. Und ungewöhnlich für damals, es finden sich ungefähr gleich viele Grabsteine für Frauen wie für Männer. Am Eingang des Friedhofs befindet sich das Tahara-Haus. Hier fanden die rituellen Totenwaschungen statt. Der heilige Sand ist ein eindrückliches Zeugnis der mittelalterlichen Bestattungskultur in Europa. Auch in Mainz finden sich die Spuren der Schum-Gemeinden, hier auf dem alten jüdischen Friedhof. Genau wie in Worms liegt er ebenfalls jenseits der mittelalterlichen Stadtmauern. An Ort und Stelle geblieben sind die Grabsteine des neuen Friedhof-Teils. Sie reichen zurück bis in das Jahr 1881. Hinter dem neueren Teil liegt der Denkmalfriedhof. Nach der Vertreibung der Gemeinde im Mittelalter wurden viele Grabsteine als Baumaterial zweckentfremdet. Manche der alten Steine wurden bei Bauarbeiten wiederentdeckt und sind seit 1926 hier aufgestellt. Bis heute sind die alten jüdischen Friedhöfe wichtige Pilgerziele. Menschen aus aller Welt legen Lesesteine und Gebetszettel auf den Grabmälern ab, um den Verstorbenen zu gedenken. Von den Schumstätten in Speyer, Worms und Mainz geht eine besondere Faszination aus. Sie sind wichtige Zeugnisse jüdischer Tradition und Geschichte im Herzen von Europa. 2021 wurde ihr außergewöhnlicher Wert von der UNESCO anerkannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017